So und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Torchlight Frontiers. Letzte Folge, das Ganze gestartet und ich muss sagen bis jetzt sehr angenehm. Also es spielt sich sehr, sehr intuitiv. Ach hier, Sandstein, ja nice. Sehr, sehr intuitiv, sehr angenehm, also sehr chillig bis jetzt. Und interessant wird es natürlich dann auch, wenn später Spieler dazu kommen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geht. Müsste ich mal gucken. Ich habe noch einen Alpha Key liegen. Also wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, warum ihr den Alpha Key haben möchtet. Vielleicht verlos ich den. Vielleicht auch nicht. Hä, ich habe schon Gold liegen lassen. Alles klar. Oh, da ist mir irgendwas gefallen. Hör auf hier rumzuschießen. Warte los mit dir. Da, ein Skillpoint. Okay, Skillpoint sammelt man tatsächlich auf. Das finde ich sehr... Der spawnt immer wieder. Das ist doch eine Goldgrube. Exploited, found it. Warte mal, da unten ist noch irgendwas. Da unten leuchtet doch was. Was leuchtet denn da hier? Irgendwas leuchtet hier. Da, der Bäumchen. Okay. Der Aschebaum hier. So, nehmen wir mit. Haben wir ein bisschen Holz vor der Hütte. Okay. Achso, warte mal. Ähm, nee, ich glaube, wir sind noch nicht durch, oder? Oh, es ist cool aussehen mit den Schmetterlingen. Ach mal, so wird es echt... Okay, cool. Wird halt ein bisschen farbenfroh, ne? Weil man unter dem Nebel hinweg schaut. Und so ist man halt so ein bisschen über dem Nebel. Cool gemacht. So ein Spieler. Er ist ein Spieler. Er ist ein Spieler. Er ist doch ein Spieler. Er ist ein Spieler. The Special One, zwei. Das ist ein Spieler. Ja, cool. Was ist... Was? Was? Wie wechsle ich? Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Ich könnte das doch so... Warte mal, wenn ich das wegnehme. Das da rein. Warte mal, mach mal so. Geht nicht. Kann ich das nicht rausnehmen? Kann ich nicht. Okay. Was ist das? Das ist eine Waffe, aber... Check ich gerade nicht, ganz ehrlich. Okay. Komm ich hier rein? Ja, ich komm hier rein. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wie bei Diablo 2 so zwei Waffen-Sets gibt, wo man hin und her switchen kann. Ist aber nicht so. Es ist nicht so, wie es scheint. Es ist nicht so. Okay. Ähm... Das könnte ein Dungeon sein, glaube ich. Oder? Wie groß ist das denn? Mal ganz kurz. Ja, könnte tatsächlich ein Dungeon sein. Ich kann dich zuschlagen. Und wir machen halt überhaupt kein Damage. Ist das dein Ernst? Was ist denn jetzt los? Ach so, machen wir deswegen vielleicht kein Damage? Okay. Ja, okay. Also er macht echt ohne Waffe überhaupt kein Damage. Also null. Null. Absolut null. Das ist natürlich... Ja. Okay. Was haben wir hier gefunden? Hände. Ja, hab in Hände. Ähm... Nehmen wir mal mit rein. Haben wir ein bisschen mehr Feuerdefensive und hier... Oh, auch Feuerdefensive. Komm, nehmen wir rein. Nehmen wir hier dazu. Was ist das? Ein Schrein. Oh, nice. Okay, komm. Schnell, 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 schnell. Bevor unser Schrein abläuft. Nimm es mit. Wir müssen ja mal gucken, ob wir begrenztes Inventar haben. Oder ob die Endless quasi... Oh, da hängt was. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oder ob wir Endless farmen können. Und... Ah, okay. Ah, umgeschubst. Komm, 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 komm. Dann Stein. Okay, weiter, weiter, weiter. Ne, ihr braucht hier gar nicht rumschießen mit euren Klempistolen. Ihr könnt doch schön knicken. So, nice. Oder ist doch was gefallen? Ich hab's doch gehört. Das ist leise. Bing. So, hier ist es doch. Da ist eine Kiste. Ja, nice. Und irgendwas ist hier... Dead Master Raspress. Oder Raspress. Wo ist er denn? Wo ist der Lump? Er baut übrigens auch alleine ab. Also ohne, dass ich jetzt hier ständig meine Maustasse penetriere. Da unten ist er. Okay, komm. Okay, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Ich kann mich gar nicht erinnern. Wir müssen ihn erledigen hier. Was ist los mit dir? Komm, 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 komm. Oh, weh. Weh, 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 weh. Out of Riddick Charge. Okay. Oh, wir müssen mal Trank nehmen. Okay, also wir brauchen Gelikte, wie ich das sehe. Oder haben wir das jetzt aktiv? Wir haben das aktiv. Ah, okay. Wir haben ihn tatsächlich... Guck mal, wie... Unten seht ihr das? Hier, Increased Physical Damage. Das heißt, jetzt macht es echt Sinn, ihn einfach auf unseren dicken Stab vor den Kopf zu hauen. Ihm quasi einen zu kloppen. Also nicht so, wie ihr das wieder meint. Nenn die Hand aus der Hose, Mann. Ähm... Oh, warte, hier sind noch welche. Boah, Alter, wie geil, wie geil. Also quasi so eine, so eine, so eine Ultimate Form. Finde ich sehr cool. Gefällt mir. Warte mal hier, das bauen wir noch mit ab. Ein bisschen Sandstein. So. Okay. Dann haben wir hier alles, würde ich sagen. Wir gucken mal ganz kurz halt, warte mal hier. Das kann ich noch kaputt machen. Ja. Wo gibt's denn hier? Ach, schau. Aber das wäre natürlich geil gewesen. Wenn das hier quasi so eine, ähm... So ein Secret wäre, weißt du? Dass du hier noch weiterkommst und dann... Ja. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Jetzt gucken wir mal ganz kurz inventarmäßig. Ähm... Nee, es sieht nicht so aus, als wäre hier, äh, Ende im Gelände. Also, ich sehe kein Limit. Das finde ich sehr cool. Das sind unsere Stats hier. Okay, Damage 6,3 aktuell. Was haben wir noch? Äh... Okay, gut, das war's. Gehen wir einmal raus. Kann ich die Loks mitnehmen? Warte mal. Das wäre doch cool. Ah, nein. Aber ich konnte sie anklicken und öffnen. Das ist auch in Ordnung. Kann ich das hier anklicken noch? Da fällt nichts raus. In Ordnung. Dann gehen wir einmal zurück. Ähm... Da. Hier eine Publik. Okay, er geht nicht zurück in die Publik. Er geht weswegen nicht zurück? Das macht jetzt... Alter, verarsch mich nicht. Geht zurück ins Mutz. Edge. Okay. Das ist der erste Bug. Ne, da kommt... Wir müssen einmal, würde ich sagen, zurücklaufen. So leid, der es mir tut, aber wir kommen da nicht raus. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber warte mal. Hier haben wir noch einen Gürtel. Ähm... Petcaller. Okay. Fire Damage. Nee, das ist unser derzeitiges... Besser, ne? Ja. Definitiv. Okay. Lassen wir so. Das lassen wir so. Wir gehen da zurück. Vielleicht finden wir noch ein paar Goblins oder so. Boah, die Spikes hier oben machen mir ein bisschen Angst. Aber sie lösen nicht aus. Das macht mir noch viel mehr Angst. Man weiß jetzt nicht, ähm... Lass dich kaputt machen? Nein, okay. Fast klar. Man weiß jetzt nicht, bin ich sicher oder, äh... Kommen die gleich runter, die Dinger? Also, ich hoffe, wir kommen hier raus. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Oh, und warte mal. Hier sind noch welche. Warum habe ich euch denn gerade nicht gesehen? Vielleicht kam ich deswegen nicht raus. Das wäre natürlich die Möglichkeit. Stirb, habe ich gesagt. So. Gib mir den Scheiß. Was haben wir denn hier gefunden? 9,5 DPS. Ach, ist natürlich nicht schlecht, ne? Komm, nimm mal mit rein. Guck mal besser knüppeln. Ah, okay. Hier komme ich auf jeden Fall raus. Das ist schon mal gut. Oh, Nase läuft. Warte mal. Kurz mal pudern hier. In der Wartezeit, in der Ladebündung. So. Und fertig. Okay, das haben wir erfolgreich beendet. Sehr nice. Und ich bin überrascht. Wir haben vorhin einen Spieler gesehen. Das finde ich natürlich sehr, sehr cool. Ähm, ja komm hier. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Einer nach dem anderen, wie er hier steht. Komm, wir machen mal das hier. So. Oh, guck mal eine Ahnung. Das nehmen wir mit. Ein Schwert haben wir da gefunden. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Gibt's hier Clans? Party gibt's hier? Okay, Clans gibt's noch nicht anscheinend. Aber das würde ich mir hier, äh, würde ich mir hier sehr, 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 äh, gut vorstellen. Und auch wünschen. Ne? Aber ich glaub, das macht echt Sinn hier. Steht bestimmt auf der, äh, auf der Taddo. Auf der To-Do-Liste. So, da sind noch ein paar Kistikoffschien zerstört, oder? Okay, wir müssen ein bisschen andersrum. Lalalala. Ja, sag ich doch. Aber Gold nehmen wir mit. Wie viel Gold war das jetzt? Drei Gold. Naja, gut. Wer den Taler nicht ehrt, ist das Reichtumst nicht wild, oder so. Oh, zack. Komm, kriegst auch noch einen auf den Sack. Oh, wir werden voll zum Prügeln, Mage, ey. Ich seh das schon. Ich hab euch doch gerade erst hier rausgeholt. Also, es ist tatsächlich anscheinend so, dass die Gegner immer wieder spawnen. Ja, dass man, wenn man dran vorbeiläuft, sie immer wieder rauskommt, was natürlich Spielraum lässt für ein paar, ähm, Farming-Spots, ne? Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Was da vielleicht lukrativ wäre. Wo war's das? Ja. Da sind die Nächsten. Bitteschön. So. Da fällt nichts weiter raus. Und dann haben wir noch was zum Abfarmen. Oh, ein Baum wahrscheinlich, ne? Hier, ja. So. Wir sind auch erst mal, äh, nur am Farmen, würde ich sagen. Bevor wir dann zurück zu unserem Fort gehen und uns da auslassen. Und einfach die ganze Scheiße holen. Oder upgraden, die wir so upgraden können. Ah, das ist, ah, das lässt schon wieder, es ist, es ist, es ist, es lässt schon wieder zu viel, äh, zum Spinnen, weißt du? Zu viel Spielraum zum Spinnen. Warte mal. Wow, wie, was kann ich denn? Ich schick dich mal zur Stadt. Was auch immer das bringt, ich weiß es nicht. Okay, aber er bleibt einfach hier, ist in Ordnung. Nein, er ist weg. Okay, tschüss. Oh, wir haben einen Wegpunkt gefunden, sehr nice. Ach, da kann ich was denn gelesen. Okay. So. Boah, Alter. Geht ihr denn alle her hier? Oder ist was gedroppt? Ein paar Boots und ein bisschen Gold. Hör auf damit. Hier wird nicht geschossen. So, dann sind wir hier sogar fast durch, würde ich sagen. Gehen wir noch nach oben. Ja, jetzt die Frage, ne? Nehmt man jeden Gegner mit oder überspringt man so ein bisschen, um ein bisschen mehr Progress zu kriegen? Weil Leveln ist hier sehr, sehr langsam, ne? Überleg mal, wir sind jetzt seit einer Dreiviertelstunde im Spiel ungefähr. Unsere Grad war Level zweieinhalb. Also Level Progress bis jetzt sehr, sehr, sehr gemächlich, würde ich sagen. Vielleicht sollte man sich wirklich auf Elite-Gegner kontrollieren oder so. und diesen ganzen Trash liegen lassen. Ich weiß es aber nicht unbedingt. Das ist einfach so ein... Müssen wir testen. Dann sagen wir hier, scheinbar... Achso, Fire Defense, okay. Hör auf, hab ich gesagt. Ach ja, da kommen wir ja. Dann nehmen wir euch halt mit. Warte mal, aber erst fahren wir hier. Geht um mein Bäumchen. Keine Speere, Regeln, das. Oh, ein Potion gefunden, nice. Oh, wir haben schon neun Stück gesehen gerade, also wir haben schon mehr gefunden. Und wieder zwei Skill Points. Okay, das ist natürlich sehr gut. Und hier haben wir Cave of Sorrows. Oder hier kann noch irgendwas farmen? Warte mal. Ah, da oben, ich seh's, okay. Hör auf damit. Das stimmt. Oh, Adult Tag. Das müssen wir uns mal angucken. Wahrscheinlich hier bei Pets, ne? Da, ne, hä? Ach, hat er schon angelegt. Okay, Physical Damage. Okay, alles klar. So, Fire Defense. Nehmen wir mal mit rein. Ob wir das jetzt gebrauchen können oder nicht. 12, äh, 11,2 gegen 11,9 bringt uns nichts. Lassen wir. Aber, oh, unser Hund ist wieder da. Nice. Was rufe ich denn das Pet auf? Warte mal. Ich weiß halt noch nicht, ob er schon einen Sinn hat. Unser Pet, weißt du? Oder ob er derzeit nur rein Dekoration ist. So vom, äh, zur Stadt schicken. Kann ich nicht sagen. I don't know. Okay, weiter geht's. Hoffentlich kommen wir hier nachher raus. Ähm, wir gucken auch direkt. Nein, hier sind keine Gegner zum Töten. Das ist schon mal gut. Kommen wir hier runter. Hier geht's runter. Okay. Ah, hier wieder Klamm-Sie-Zombies. Oh, stirbt hab ich schon. So, was haben wir hier? Hier ist irgendwas im Abbauen. Da. Ach, guck mal. Ach, nice. Okay, cool. Genau, geht mal mit. Kann ich immer gut gebrauchen. Die, ähm, Spillentfernung ist sehr, sehr kurz oder sehr gering, wie ich finde. Also man muss schon sehr nah an die Gegner ran. Das finde ich echt schade. Und wenn du jetzt guckst, hier. Ist ja so. Wo war noch was? Ich muss von Juten kaputt. Warte mal, probier uns mal. Ein bisschen Gold, ey. Komm, egal. Wir haben's doch. So, nehmen wir das noch mit. Wieder zwei Skill-Punkte. Sehr, sehr geil. Also drei sogar. Ich bin echt an Mass. So, was fällt hier raus? Ein Skill-Punkt. Nice. Das machen wir auch kaputt. So, wir sind auf. Das Geile ist natürlich, es wird nicht mehr gewiped, ne? Das heißt, alles, was wir jetzt hier erfarmen, bleibt so. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Das heißt, es hat immer so einen fahrenden Beigeschmack, wenn man zockt. Und, ähm, ja. Das Ganze gewiped wird dann mit Beta oder, äh, Axis. Also den Release halt ganz normal. Da investiert man da nicht so viel Zeit gern. Äh, so viel Zeit rein. Oder nicht gerne so viel Zeit. Und so ist das bis jetzt doch sehr nehmlich. So, oh, wieder. Alter, hier gibt's Skill-Punkte ohne Ende, ne? Richtig nice. Und da oben ist noch was zum Farmen. Waren wir es denn da? Aber erstmal machen wir ganz kurz. Die Zombies, äh, klein. Ich fragte es. So. Nice. Was haben wir hier? Wir haben immer mit. Machen wir ein paar Globes. Gucken wir uns mal an. 4,4 sind die gleichen, die wir jetzt derzeit schon haben. Ein paar Planks. Oh, nice. Da ist ja ein bisschen Holz rausgesprungen. Und guck mal, dieser Bereich zum Beispiel ist jetzt nicht auf der Karte. Das heißt, es gibt tatsächlich Bereiche, die nicht auf der Karte sind. Ähm, die man aber erreichen kann. Was war das? Ach so. Ah, okay. Alles klar. Ich wollte schon sagen. Okay. Naja, kommt mal mit. Kommt mal mit. Oh, da sind noch mehr. Da lohnt sich die Gegnergruppe natürlich. So. Nice. Was ist hier? Eine Sackkarre. Okay, da ist ein bisschen Gold rausgeflogen. Dann haben wir hier der leuchtende Zombie. Und hier geht's weiter. Kommt mal alle mit. Oh. Boah, die schmeißen die Krizi rum. Und sie haben sie gratis. Sehr gut. Okay. Nehmen wir noch mit. Wir haben jetzt eine Ecke da hinten ausgelassen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich würde am liebsten zurücklaufen. Wir laufen erstmal hier weiter. Vielleicht. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Gucken mal. Ah, da müssen wir mitnehmen. Und unser Inventar ist gleich voll, ne? Ja. So, Messgolch mit. Wundenplanks mitnehmen. Die auch. Wir haben da nichts gefunden. Okay. Was haben wir denn? Ach hier. Energie schreien. Okay. Okay. Ja, wir werden mal zusehen, dass wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall ein paar mitbekommen. Spieler finden. Und dass wir das hier in der Party machen. Insofern das schon möglich ist. Ich weiß nicht. 100%ig. Oh, Level up. Nice. Aber wäre natürlich sehr, sehr geil. Dass man noch ein paar Mitspieler dabei hat. Gucken wir mal. So. Da hinten geht es übrigens auch raus. Das heißt, sie wird gleich irgendwo der Endgegner sein. Ähm, warte mal. Kann ich die kaputt machen? Nein, okay. So, genau. Dann geht man den Potion. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das sind ein paar mehr. Also, nimmst du mal einen Loot. Was für das? Okay. Also, viel, viel Trash bis jetzt schon gefunden. Müssen wir auf jeden Fall gleich mal gucken, ob wir das loswerden. Ob wir das verkaufen können. Ja. Nehmen wir mit. Das ist auch einmal. Alles schon kaputt machen. Irgendwas übersehen. Ne, ne? Okay. Da müssen wir hoch. Da können wir was abfarmen. Ein bisschen Sandstein. Das ist auch einmal kaputt machen. Nice. Aber hier fehlt der Endgegner. Wo ist der Endgegner? Muss ja irgendwo so ein Überbabu sein. Was los? Packen. Okay. Oh. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da brauchen wir noch ein Stückchen Ecke, die wir noch erkunden müssen. Warte mal. Wir gehen noch mal ganz kurz rein. Hier. Hier waren wir noch nicht. Autoboof wäre cool. Für die faulen Menschen unter uns. Okay. Das machen wir abfangen. Was haben wir hier? Shrine of Haste. Okay. Yes. Super. Haben wir kaputt. Okay. Geht nicht. Dann schnell weiter. Komm. Machen wir noch schnell. Komm. 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 Wir haben keine Zeit. Wir müssen laufen. So. Das war natürlich super jetzt. Warum übersehe ich die? Himmel arsch uns wird. Oh. Sind die wieder neu dazugekommen? Das könnte natürlich auch sein. Dass die sich einfach recharged haben und fertig. Würde ich fast sagen. Guck mal. Sind alle? Ne. Doch nicht. Ähm. Wo war das Ding jetzt? Fuck. Was noch weiter zurück? Ja. Hier war das. Hier war das. Hier war das. Genau. Genau. Die Ecke meinte ich nämlich. Und ihr seht, hier ist nämlich noch was. Ja. Guck es dir an. So. Warten wir doch noch irgendwo. Ach ne. Doch nicht. Okay. Alles gut. So. Oh. Dickes Paket. Aber auch hier kein Endgegner. Na gut. Witz ja nichts. Haben wir das einmal mit. Was wir haben? Was wir haben? Das haben wir, ne? Das aber kaputt machen. Aber da oben ist dann irgendwo was. What? Ja, nice. Also das ist tatsächlich so gut gewesen. Sehr, sehr, sehr geil. Kann man jetzt hier irgendwas rausnehmen? Alles klar. Es wird einfach unnötig. Aber ey, cool. Es wurde aber auf der Karte angezeigt, ne? Also man hat es oben gesehen. Dieses kleine Symbol. Dieses blaue. Dieses bläuliche. Also sehr, sehr nice. Sowas liebe ich halt, ne? So kleinen Details, wo du darauf achten musst, um wirklich noch ein bisschen Loot zu kriegen. Wo man halt wirklich eventuell auch den krassen Shit findet. Weißt du? Das ist, äh, gefällt mir. Sehr, sehr nice. So, Jess. Wie gehen wir jetzt mit dir vor? Können wir dich irgendwie belagern oder? Wie machen wir das? Ne, das klappt nicht. Das wird das Gepäck sein vom Haustier, denke ich mal. Aber wie können wir ihm was zuschieben? Ich check das noch nicht ganz. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer mit befassen. Wie das genau aussieht. Wie das funktioniert. Was bedeutet der Stern? You can buy a new skill. Reset the skill training building in your fort. Werden wir machen. Werden wir machen. Oh, hier ist noch ein bisschen Gold. Drei. Drei. Und? Und? Zwei. Okay. Ich fahr nah dran. Komm. Seien wir ehrlich. Ich fahr nah dran. Wir bessern uns. Ich will den da oben kaputt machen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Kann ich stehen? Nein, haben wir schon verwehrt. Ich weiß. Ja, ist ja gut. Okay. Dann einmal raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Also, wir brauchen uns in der nächsten Folge. Miss clarified. Vielen Dank.